Impfung ist Teufelswerk, sagen wir am Prenzelberg. Mein Kind ist mein Eigentum, das mach ich mir selbst immun. Gegen Pusteln und Flecken, hält nur anstecken. Jetzt hab ich vier, fünf Kinder mit Masern, die stecken Nele, Dich und den Lars an. Und kein Arzt der Welt kann heilen wie Muttern. Echt jetzt, ich schwör, der Henrik Lennack von Jojannes bringt doch keinen rum. Masern sind richtig Mist, wenn du schon am Boxen bist. Hörnentzündung im Gehirn und rote Punkte auf der Stirn. Doch nur mit vier, fünf Spritzen im Hintern kann ich Masern frei überwintern. Ich hab's versucht mit Antibiotika, Hühnchen, die Schwerde helfen auch keine kleinen weißen, selbstgebasteten Globulis. Ich schläg seit vier, fünf Wochen im Bett rum. Und ich sieh schon aus wie der Kastier der Gornlob. Mir egal, denn Impfen ist Kapitalismus. Echt jetzt, ich schwör, auf die Kraft der Natur und auf Eigenurin. Entschuldigen Sie, ich hätte mal eine Frage gehabt. Urin, so ne? Was heißt das? Ist das Pipi oder was? Ja. Wie ey? Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie sich das ins Gesicht schmieren, so Pipi und so, ne? Nein, das trinkt man. Ja. Nein, das trinkt man. Nu sch chirp ich euch.